Ja Leute und herzlich willkommen nun wieder zu Azuras Reef, wieder mit euer Geatobi und ja, wir sind schon im 19. Part, Mensch, Mensch. Ah. Ah. Ah, ah. Hm. So that's your conclusion. But that's... What are you talking about here? You... If you get out of here, I don't worry about it. I can't see it before. It's fine. It's fine. Totally cool. Hat schon was. Oh, was kommt denn da? Let's go. Oh, es fängt jetzt an. Basante Action hier. Die Müll rausbringen. So, auch erledigt. Sehr schön. So muss das sein. Irgendwie die alle kann die Chance haben. Ab nochmal. Oh, hier ist ein großer. So. Jetzt geht's los. Hutschrei. Oh. Geht echt ab, ne? Yeah. Bam, 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 bam. Oh, ja. Genau. Wie das ausrastet. Hammerhart. Oh, Mann. Nicht schlecht. Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach cool, wie das abgeht. Oh. Ah, der Strahl hier. Ah, da fehlt noch dieser Kampfschiff. Dem kümmern wir uns auch jetzt. Müssen aufpassen. Der schießt ganz schön, ja, großen Strahl auf uns. Wow, 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 wow. Da müssen wir verdammt gut aufpassen. Wunderbar, das geht doch nicht besser, oder? Und yes. So. Oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wow, er will uns da quetschen. So, Leute, das war's jetzt zur Formel Let's Play, nein, ich denke mal noch, dass sie nach Leben und alles immer schön positiv bleiben. Äh, Septentrion, Elliot, auf der Brücke. Ah, Sakra Devanam Indra Deus. Ich kann nicht glauben, ihn mit eigenen Augen zu sehen. Er ist überwältigend. Selbst die Glossi sind nichts im Vergleich. Ne, die Kolossis, äh, die Kolossi. Das sind wohl diese, ähm, großen Kampfschiffe, glaube ich, soweit ich das, äh, denke. Durch die Verbindung mit der Karma-Festung wurde er zum mächtigsten existierenden Wesen. Er wird Goma-Flitra mit den Kräften der Priesterin und, äh, den sieben Billionen gesammelten Seelen reinigen. Aber er wolle das nicht auch den Planeten zerstören? Hm, möglicherweise, falls es nur der Brahmastra wäre. Aber, äh, da, äh, der Gebieter Deus jetzt mit der Karma-Festung verbunden ist, kann er die Druckwelle mit großer Präsidation konzentrieren. Sakra Devanam Indra Deus ist unbesiegbar. Hahaha. Da freut sie sich aber zu früh, ne? Episode 17. Füße aus Ton. Tja, das werden wir dann sonst in der nächsten Episode sehen. Aber ich mache noch mit dieser Folge weiter, keine Sorge. Mit dem Part, das ist kein, kein Problem, Leute. Das wäre jetzt auch viel zu kurz. Also, ja, kurz wäre es schon irgendwie. So. Dann schauen wir mal, wie es hier weiter geht. Er scheint wohl jetzt damit verbunden zu sein. Miss Hudson. Na, schaffen die das noch? Ja, noch schön mit High Speed. Oh, das wird richtig nice. Das wird richtig cool. So wie ich das auch bei anderen Let's Playern gesehen habe. Fand ich auch bei Makosi ganz cool. Den Let's Play. Oh, yeah. Lass uns loslegen. Das geht ganz schön ab hier. So muss das sein. Hahaha. Wow. 1, 2, 1 Nixter Bam, mit vollem Krawall da durch Oh, können wir lenken? Sehr geil, hier build SUH Was können wir lenken? Okay, jetzt können wir lenken Und die Dinger hier zerstören Wo hier die ganzen Mythra gesammelt werden Also der Seelen 7 Billionen Wow Jaja schöne Fallen hier What Haha Wie das abgeht Ja Ich hab mir schon gedacht Dass sowas kommen würde Wow Bestimmt unten Ja Irgendwo hier Dazwischen Wey 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 Nicht übertreiben Wir fliegen in einen tiefen Kanal Was es auch sein mag Wir werden es sehen Wow Also was am Ende Auf uns wartet Wow Wenn es schon so welche Sicherheitsvorkehrungen hier gibt Wahnsinn ey Wow 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 Aber wir haben es ja wohl geschafft Wow Das sieht ja richtig krass aus Das sind doch vorher die heftigen Kampfschiffe wo eigentlich die Gottheiten drin sind Riesenkreuzer 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 Ähm Schießen können Schießen können Die haben richtig so Rayguns oder so Wow Ja haben die Wow Sieht man jetzt So Alter Jetzt geht's ab Sehr schön Einfach mal so durchbohrt Jascha wieder Hm Voll stylisch Da unten muss es wohl sein In tiefen Kern In tiefen Kern Und müssen wir es bei hin Woa Das haben die noch geschafft Da ist sie Da ist unsere Tochter Mythra Mythra Das ist unsere Tochter aber ich bin mir selbst gegen uns. Ich bin Gottes Allerwürdig, und ich bin Gottes Allerwürdig. Ich bin Gottes Allerwürdig. Ich bin auch Gottes Allerwürdig. So, jetzt geht's ab. Ah, gegen Dios, seinen abgefahrenen Modus, ah ne, shit, jetzt hab ich das voll verpasst gerade, hier mehr Wut zu kriegen, wow, alt, ha, ha, nein, aua, ah, nein, äh, ah, aua, äh. Mist, oh, nein, Mist, ah, komm, alter, der geht doch ab, ne, ist ein blöden Rumgetaserer hier, du Tesla-Gott, du. Nein, uh, ich hab mir schon geahnt, dass der ganz schön stark sein wird. Jetzt gibt's Prügel. Ganz schön schnell hier mit seiner Teleportation. Nein. Mist. Mann. Ja, noch geschaffen, oh, super ey. Bam. Jetzt kommt Yasha, jetzt kommt Yasha. Cool. Jetzt bringen wir das auch mal hier, jetzt kommen wir auch mal hier zur Sache, mein Freund. Nein. Oh, nein, ah, uuuh, ganz schön aggressiv hier. Also voll vergessen hier mit deinem Rumgetaserer. Oh, ja, übertreib nicht. Oh. Lol, Alter, wie viel Power der hat. Wir haben richtig wenig Leben. Komm schon, Yasha, das schaffst du doch noch. Oh, das geht schon über die Länge. Ähm, auf jeden Fall danke euch schon mal fürs Zuschauen. Und, ja, guck so aus, was ist ein Part denn? Ähm, ich würde mich echt freuen, das geht echt hier episch ab. Ich bin hier voll geflasht gerade. Deswegen habe ich jetzt hier nicht gerade geguckt hier auf dem Desktop. Aber, ja, ich hoffe es hat euch soweit gefallen. Und, ja, lasst mir sonst ein Like da. Es wäre echt geil, ähm, wie es euch gefallen hat sonst, ne. Und, ja, abonniert mich, falls ihr, ja, noch mehr von mir sehen wollt. Und, ja, auch das gerne mögt und so. Und auch meine anderen, äh, Let's Plays. Das war's erstmal sonst von mir. Euer Gerhard Hobi und danke mal fürs Zuschauen. Haut rein!